Was ist das denn? Ich sehe halt nix. Ah ja. Okay. Keycard. Äh. Er ist so dicht kaputt. Geht das? Der hält die Keycard. Wird geladen. Ui. Uiuiui. 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 Ui. Ui. Oh. Das ist ja was ganz anderes jetzt. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay. Nicht? Nee, ich kenne das hier alles gar nicht. Das erinnert mich irgendwie an... Ich kann mal hochklettern, Kevin. Und hier ist Parbe. Ich bin wieder rot. Sollen wir da hochklettern? Ich auch. Wir müssen da hochklettern. Mal gucken, was es da gibt. Hoffentlich was zu essen. Nö, nicht? Haben wir hoffentlich da genau was. Ja, Knochenmedic. Nix besonderes. Äh. Ja, scheiße. Was ist das hier? Das ist aber doch Stoff, oder? Wir gehen die Schokoriegel aus. Die Wand ist doch Stoff, oder? Was ist das hier? Ja, reindohlt ich schon. Wirst du... Das ist auf jeden Fall ein Forschungslabor. Ja, aber... Ja, aber... Da unten ist was. Aber warum ist das so... Hier geht's runter, dann? Müssen wir wohl runterfallen. Aua! Ich bin weich gelandet. Als wäre ich erst vielleicht gerne den anderen Weg gegangen. Hast du einen anderen Weg? Ach nee, hier ist schon Sackgasse. Megan's Schulfoto. Megan's Schulfoto. Okay. Die Megan ist die Schwester vom Vegan. Ja, hier können wir noch weiter runter. Hier können wir noch weiter runter. Ja, weiß ich. Was meinst du mit anderem Weg? Ja, vorhin einfach den Gang entlang, ohne da hochzuklettern. Äh... Okay. Ich wusste gar nicht, dass die... Was tust du? Okay, mir ist aber nichts passiert. Geil. Ich hab einfach nur einmal kurz auf mich... Ach so, da ging's nicht weiter. Ja... Hast du nicht geguckt? Ja, diese Nitrogenflaschen. Wir haben keine Armbus gefunden, ne? Ja, die Wasserfallhöhle haben wir auch nicht erkundet, seh ich grad. Ey, geil. Ja, wir können ja dann auch weitermachen, so ist es ja nicht. Äh... Ihr seid schon runter? Gut. Ja, was denn sonst? Raytracing. Nee, das ist kein Raytracing. Äh, seid ihr den... Wo seid ihr? Wo seid ihr? Äh, Leute. Ah. Was ist hier hinten? Was ist hier hinten? Stoff. Okay, der sitzt jetzt hier hin. Hier kann man hochklettern. Äh, wer hat das hier... Wie, wie... Oh, da ist Essen. Wie braucht man sowas? Essen. Jam, 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 jam. Ah, 100 Jahre alt ist er. Ja, ich hab's nicht gegessen. Hier kann man Geld einschmeißen. Geld? Kommt sogar was raus, das soll los. Hier kann man Snacks kaufen können. Aha. Bei Soda and Can from Wedding Machine. Habt ihr's auch bekommen? Was? Du musst beides einmal kaufen, kriegst du Errungenschaft. Cool. Ja, ja, Big Spender. Ja, dann essen wir mal einen Snack. Ey, hier kannst du auch trinken. Ja, an dem Ding hier. Kaufe mir nochmal einen Snack. Ah ja. Geil. Dass da noch Wasser drin ist. Ja, hier kann man hochlaufen. Ja, gucken wir uns erstmal hier unten, oder? Naja, lass mal schauen. Ich kenn das hier auch nur vom Hörensagen. Der war hier war ja auch noch nicht. Ja, aber was soll das sein? Hier kann man sich schön sehen. Das ist ein Forschungslabor etc. Das soll ein Forschungslabor sein? Das sieht man eher... Ja, das ist ein Forschungslabor, weil ich hab mir mal die Geschichte von dem Spiel angehört. Erzähl ich euch aber genauer, wenn wir fertig sind. Weil ich will euch jetzt... Oder soll ich es euch einfach sagen? Nein. Dann erzähl ich's später. Oh, Geld. Ja, da müssen wir wohl da hoch, ne? Ja, aber ich versteh nicht, wie man das baut. Ohne oben nix zu verändern, dass alles so aussieht, wie es aussieht. Das ist einfach, indem man die natürliche Topografie verwendet, beziehungsweise ihr werdet es gleich sehen. Ja, aber wie kommen die Sachen hier runter, ohne dass man von außen sieht, dass hier was ist? Eine Vermutung hätte ich. Helikopter. Ja, aber man sieht ja, da ist ja kein Loch oben außer das Loch. Aber da ist ja kein großes Loch, sondern so eine kleine Öffnung. Wo ist die Öffnung, dass hier unten große Sachen reinkommen? Die wirst du gleich sehen, wenn wir das Ende erreicht haben. Der Hangar und Landeplatz für... Weiß ich nicht. Aber die Anlage ist doch in Betrieb. Es läuft Wasser, das hört man. Und Strom ist auch. Marcelin, da fragt doch jetzt nicht die Logik von dem Spiel hier. Nein. Muss ich leider machen. Nein. Muss ich immer tun. Dann kannst du auch keine Filme mehr gucken, weil die auch alle Grenzen ergeben. Maja auch. Also, hinterfragen halt. Da hinten sind scheinbar Dings unterwegs. In der Welt muss es halt eine Logik geben, die das alles miteinander verbindet. Wenn es keine gibt, dann hat das Spiel keinen Sinn. Dann brauchen sie es nicht machen. Weil irgendwas haben die sich ja dabei gedacht. Was ist denn da nicht drin? Äh... Keykarte? Hier kann man nicht durch. Hier kann man nichts machen. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich nicht das Ding schlagen. Baby. Stopp. Hier liegt eine Puppe. Hier liegt ein großer Robber. Da können wir den nicht mitnehmen und dann... Nein. Steht hier. Game developer. Wenn er grau... Ah ja. Okay. Geh mal weiter. Ja, warum machst du nicht weiter? Ich meine... Ja, ich war doch hier schon. Da muss ich alles angucken. Äh... Da gehen wir mal noch nicht hin. Warte mal. Hier war doch das Video. Hier wurde das Video aufgenommen. Genau. Dann haben sie sich aber dann alle verwandelt, oder? Ja. Guckt mal hier hinten. Guckt mal hier hinten. Was ist das denn? Was das hier für ein Ding ist? Das sind eigentlich Kinder hier alles. Das ist ein langer Lulatsch. Ja. Das ist... Und hier ist eine orange, eine Tür. Also heißt das, dass wir Kinder getötet haben? Nee. Das ist der erste, oder? Die haben an Kindern experimentiert. Ja, die haben experimentiert, aber die... Ja, aber wenn wir nicht aufpassen, experimentiert der gleich an uns. Jawohl, Marcel, mit dem Katana ins Gesicht. Ja, immer doch. Das ist doch mal. Läuft doch. Boah, der Bogen ist zu OP, ey. Ja, mit der Katana auch. Ja, dann gehen wir nochmal zurück, weil da im ersten Raum konnten wir doch nochmal nach hinten gehen. Ja, das ist der Gang hier. Das ist der Gang hier. Achso. Der hier. Ja, gut dann. Da kann man auch in den Raum hier dann. Was wollen wir hier? Hier gibt's... Stoff. Der ganz wichtig ist. Da sind wir Notizen. Da sind wir Notizen. Äh, kommt mal weiter runter. Kommt mal weiter runter. Hier wird To-Do-Liste aktualisiert. Sind hier Notizen? No, bei mir nicht. Na, ich hab' ich das schon. Bei mir hat er nichts gemacht. Keine Ahnung. Wer war das hier? Ähm. Ja, gut. Ich mein' Kann man mal machen, würd' ich sagen. Was? Das ist doch Klaus. Klaus. Was? Was haben die da für... In meinen... Das wirst du gleich sehen. Äh. Kind. Ich hätt' jetzt gedacht, das sind mehrere zusammen, aber ja, gut. Nein, das ist ein Kind. Haben wir hier noch? Hier sind ganz viele kleine... Was haben die hier gemacht? Das macht irgendwie... Hier ist, äh... Property of Megan. Oh mein Gott. Megan. Die Schwester von Vegan. Mal deine... Favoriten... Was hier denn sagen? Für Musik. Also, ich hab'... Ja, hm. Hier ist ein Bild. Nicht einfach vorbeilaufen. Megan Cross. Ja, ich hab' doch alles angeguckt. Dann... Also nicht? Hast du das? Hm. Hier war'n mal, wenn Megan hier ein Bild gemalt hat, heißt das, dass sie... Dass er dann nach dem ganzen... Zeug da... Was da passiert ist... Gemalt hat. Naja, das weiß man nicht. Ich hab' check... Irgendwas. Mach' mal Licht aus. Richtig hochauflösend. Bis auf unseren Schatten. Der sieht aus wie Minecraft. Ja, mach' mal Licht aus. Mach' mal Licht aus. Hab' ich doch. Ne, nicht du. Immer nur... Ne? Jetzt müssen nur die Fackel da... Die Fahne weg sein, ne? Oh. Oh. Dieser blöde... 37... D... 5. Ja, da ist er doch. Haben sie? Haben sie? Wat? Wo? Hä? Wo war die, hä? Ja, der Ding... Der Spitzkopfhüßler. Also sie hat sich in das verwandelt dann, oder was? Ja. Im zweiten Teil, oder wie? Aber sie hat's nicht... Ist nicht komplett verwandelt. Okay. Ah, da Virginia, ja. Deswegen heißt sie so im zweiten Teil? Haben sie? Äh, na. Aber... Ja, das ist, glaub' ich, die... Bevor die sich halt verwandelt hat. Deswegen hat die ja auch mehrere Arme und Beine. Ja, aber... Okay. Spielt das dann jetzt... Nach dem zweiten Teil? Das spielt hier nach. Das spielt hier nach. Ne, das hier... Das hier spielt vor dem zweiten Teil. Ja, aber wenn... Dann... Ist das was anderes. Observation Level. Oh, hier sieht man wie das... Forest Level... Cave System Level... Levels... Ge... Also, der wird Gehsel mal jetzt. Ganz unten. Ja. Wir arbeiten uns langsam nach oben. Jetzt war Mario-Musik. Äh... Achso, ne, hier ist... Hier ist Höhle. Achso, hier ist, äh... Felswand. Ja, ja, sie... Wichtige Dokumente. Die unglaublich wichtig sind, weil wichtige Argumente draufsteht. Was haben wir da? Nicht so wichtig, wenn man es umschweißen kann. Ja, das ist doof. Ist das ein... 1600 D-Cube oder so? So... Soll das hier sein? Okay, naja, gut. Ne, das sind bestimmt Zellen, die sich vermehren in diesen... Essen! Dingern. Ich glaube, ich will nicht essen, was hier unten ist. Ja, wieso ruckelt's denn jetzt? Ein Blatt mit Kaffee-Rand. Wo? Ne, da stand irgendetwas drauf. Wo war's zu essen? Weiter vorne, weiter vorne, weiter vorne, in der Mitte. Ja, ob das nicht so gut ist, zu essen, ich weiß jetzt nicht. Ne, das Essen ist ja nicht mutiert. Also, ich glaube... Ja, das ist aber die Tee ja schon ewig. Ich glaube, ich würde das nicht essen. Guck mal, da draußen lang. Warum flippt es jetzt nicht so hin und her? Und wenn es irgendwann die Ecke trifft, dann rasten wir alle aus. Kann ich den kaputt machen? Na du? Wie geht's? Jaaaa... Hast du auch Hunger? Krieg ich... Krieg ich den... Krieg ich den hier durch? Nein. Ja, da ist einer. Aua, Aua, Aua! Ja, der ist auf dich fixiert. Hast du mit der Maräte zugerauen? Du Brutalo! Stimmt, das hätte ich mal machen können. Da hat sich einer erhangen. Da hängt einer. Ja. Traurig. Ist was passiert? Also, das macht mich jetzt schon nachdenklich, ne? Was? Der hat sich einfach erhangen, da. Oh Gott! Du musst dir mal diese Behälter da, diese Glasbehälter. Das sind wahrscheinlich die Zellen. Die sind mutiert sind dann. Weil das wird nämlich mehr und mal weniger tun. Nö. Aber wie schon gesagt, das wirst du schon am Ende. Da werde ich dir schon am Ende erzählen, um was es sich handelt. Ich glaube nicht. Obwohl, eigentlich habe ich ja schon einiges gesagt. Es ist ein Labor. Ja, hör einfach auf irgendwas zu erzählen. Oh, Sperr-Time. Das ist ein Sperr. Das ist ein Sperr. Das ist ein Sperr. Das ist ein Sperr. Naja, wenn sie nicht einen anfangen sind. Die fische werden hier. Die fische werden hier ausgeblütet. Ja, glaube ich jetzt mal nicht so unbedingt. ob die sind einfach nur mutiert wir sind fast durch schon ist es nicht leute ja es soll noch keine leute ihr kommt da nicht drüber ihr müsst an der seite vorbei wo ich bin dann haben wir unsere sprache wände gemacht euch das doch der hogwarts express oder es ist der biegen von dead space ja der verrückt macht von nekromaus ja so in etwa kann man es nennen ja hier wird das farbe hier ist noch ein bild warte ich lese doch hier 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 ist eine kassette noch hier ist noch was zum aufheben ein roter eimer noch mehr eimer hier ist ein bild bei mir was ist da drauf haben sie aktiviert ach so ihr seid da rein wo ist da was ist da jetzt passiert die haben da irgendwas aktiviert das habe ich alles schon eingeholt was war denn das zweite artefakt test das vierte ja haben da irgendwas aktiviert wo konnte man noch was einsammeln die hat ihren vater umgebracht aber auf die brutalste art und weise wie ist das über ein stückte reingestoppt wo liegt auch noch mal ein kaffee rand ja nehmann wird kick hat benötigt das kann ich was jetzt hier hier ist nichts ja wir sind nur wieder diese ausgebrüteten dinger da haltet abstand beziehungsweise aus diesem raum raus es macht bum bum jetzt warum ma hier kann man aber was aufmachen ne ja ja dann mach mal auf sollte ich das machen ja ich mach das unheimlich geräusch nicht auf oh offen ja gut es ist Timmy aber warum ist der da drin wieso machst du das und nicht der Kevin der da aufnimmt wie er da einfach eiskalt neben mir steht Und jetzt geht's. Der arme Timmy ist tot. Traurig. Ist er tot? Ja. Mein Lebendig sieht er jetzt nicht aus, oder? Aber ein paar Kabel hilft schon. New Sample required. So, da muss jetzt jemand rein. Jetzt wird nur noch ein zweites Ding benötigt. Oh, ich hab Hunger. Ich auch. Jetzt, äh... Jetzt müssen wir durch die Tür. Müssen wir durch die Tür. Kev, Kikate. Ich bin ein neues Opfer. Ja, aber... Ah, jetzt kann man die Kikate, ja. Schön. Ja. Ja. Was dann? Kikate. Ja. Kikate. Ja, Marcel kann doch das auch machen. Nee. Das ist nicht mal eine Kikate. Was sonst? Weiß ich nicht, da steht Knopf. Drück den Knopf. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Wir haben keinen Knopf. Hm. Ist hier was? Ah. Verstehe ich nicht. Die Tür hier hinten war vorher verschlossen. Kev, komm her. Also müssen wir wohl hier hin. Ja, hier sind Leute, ja. Hier müssen wir hin. Ah, vielleicht kriegen wir am Ende eine, äh, äh, irgendwie Möglichkeit, da durchzukommen. Ich kann den wirklich durch die Wand schlagen. Aua, 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 aua. Ich kann den durch die Wand schlagen. Geil. Ah ja. Hier hinten geht's in den nächsten Flur rein. Hier kann man Kaffee trinken. Will jemand Kaffee? Geld. Geld auf dem Sofa. Drink from Coffee Machine. Daily Grind. Drink from Coffee... Ja, geil. Geil. Wir müssen es erstmal ausholen, so ein bisschen, so. Wir haben ja noch Zeit, oder? Ein bisschen ausruhen. Ja, mein Sohn ist es nicht, der vermisst wird, ne? Ja. Und der tot ist. Meiner auch nicht. Ja, ist deiner? Du hast ihn rausgeholt. Ach, seid ruhig. Ja, was? Ich hab noch überlebt, wenn man drin gelassen hat, also. Stimmt, man kann hier ja immer wieder nachkaufen, ne? Ach, kann man ja. Das, was wir es nicht verbraten haben, ne? Da brannt wohl er. Du kannst ja kein Münzgeld verbrennen. Am Münzen kommen da rein? Ne, ja, würde ich mal sagen. Ach, hier, ne, hier muss Geld rein. Scheine, Scheine. Und hier auch, ja, gut, keine Ahnung. Ich mein, ich hab 4.313 Münzen, 14 Münzen. Ich mein, ist das da rein? Ähm. Ja, du schmeißt mal Scheine rein, ja. Okay. Ah ja, gut, so wissen. Geht die Tür da? Oh, die Tür geht auch. Und ich hab's zu fleiß verbrannt. Hallo? Ja, aber was machen wir mit den Münzen? Ich hab 4.000 von denen. Kann man die irgendwie umtauschen? Weiß er nicht. Vielleicht finden wir ja noch einen Münzwechselautomat. Sahara. Kaffeemaschine. Oh ja, Kaffeemaschine. Ich räum dir erst mal auf. Geht die Tür auf? Hier ist ein Bild. Stell die. In der Zone nochmal was. Ach, ne. Oder? Oder andere Weg. Also hier waren wir grad. Und dann hier. Ja, das ist nur ne Abstellkammer. Tür geht nicht auf. Aber die Tür ist... Tschüss. Oh, wie viel Kleidung hier ist. Und sehr viele... Zeug. Na gut. Oh, diese Türen, ne? Ja, die gehen für einen auf. Und dann gehen sie für den anderen nicht auf. Muss sie weggehen, dann gehen sie auf. Und so. Okay. Dann gehen sie auf. Oh, das ist ja. Vielen Dank.